Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone Kartenchaos. Wir sind jetzt in der KW 22, 2016 und wir haben Karambolage am Wegekreuz. Ihr seid mit einem anderen Helden zusammengestoßen und eure Decks haben sich vermischt. Wählt zu Beginn des Spiels einen anderen Helden. Euer Deck wird aus zufälligen Karten beider Klassen bestehen. Irgendwas wird schon bei ihr auskommen. Ja. Okay, zwei Zaubererklassen. Eure Seele wird mir gehören. Ja. Hab ich überhaupt einen... Ich weiß. Ich weiß. Das wäre eine gute Ergänzung. Ich nehme jetzt einfach mal... Ich frage mich, Popp! Ich frage mich, Popp! Ich frage mich, Popp! Ich frage mich, Popp! Das werdet ihr bereuen! Direkt mal einen mit 4 Schaden da rausholen. Spürt meinen Schmerz! Ab und raus! Nach Leben wieder her! Ja, komm... Irgendwas jetzt schon mal rauskommt... ... Das meiste habe ich abgekriegt. Das war's. So was von klar. Ich frage mich, ob... Was ist denn das für eine Runde ey? Ja, dankeschön, dankeschön. Das ist alles scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der zerlegt mich jetzt völlig. Ich frage mich. Ich frage mich doch. Nee, ist anscheinend keiner. Ja, das war's jetzt. Ich frage mich. Enttäuschend meiner Meinung nach. Also... Viel mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen, weil... Es war jetzt nicht spannend. Man hatte keine wahnsinnig neue Technik dabei gehabt. Und... Ben probiert's selber mal aus. Aber... Ja, alles was ich dazu sagen kann, habe ich im Prinzip gesagt. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.